Hallo Giovanni, freut mich sehr, dich hier im Videointerview zu haben. Alessandro, grüß dich. Bevor du uns erzählst, wie es dir ergeht mit Jugendamt, Familiengericht, kurze Infos zum Channel und dann geht's gleich los. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen automatisch über alle neuen Videos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Und wenn ihr wissen wollt, was so auf der Website passiert oder welche neuen Videos es gibt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen oder auf Facebook. Wenn ihr einen Fall habt, über den wir berichten sollen auf Freifam, dann schreibt uns an info at freifam.de. Und last but not least, du kannst auch spenden für Freifam. Jeden Cent deiner Spende werden wir verwenden, um unsere neuesten Artikel auf Facebook oder Twitter zu bewerben. So ermöglichst du uns, die Reichweite von Freifam zu erhöhen. Okay, Giovanni, sehr schön, dass du hier bist. Stell dich vielleicht erst mal selber vor, erzähl uns auch, wie viele Kinder du hast, wie alt die sind, wo du lebst und ein bisschen was über dich. Ja, also, mein Name ist Giovanni Bianco, ich habe zwei Kinder, eins aus erster Ehe, eins aus zweiter Ehe. Und bei mir geht es in der ersten Linie um die Jugendämter Tübingen und Reutlingen. Wir haben vor einem halben Jahr eine Gruppe gegründet in Tübingen und in der Gruppe sind einfach fünf Väter, die das Jugendamt anprangern. Und da bin ich einer davon, sind auch sehr erfolgreich, sage ich mal, bisher. Ja, also wir werden wahrgenommen. Es wird auch versucht, dagegen zu kämpfen. Das heißt also quasi, das, was wir tun, hat schon irgendwo einen Hintergrund. Ja, von daher versuchen sie halt jetzt überall zu rudern, gegen uns zu rudern und gegen uns zu arbeiten. Aber in dem Moment, wo sie halt rudern, machen sie immer mehr Fehler. Das ist einfach unser, ja, unser Vorteil. Sie probieren es irgendwie rauszurudern und das klappt halt überhaupt nicht. Ja, und ich habe jetzt... Und dann war ja dein Versprecher, dass es einen Hinterhalt gibt, gar nicht so falsch, weil das Ganze hat natürlich auch, denke ich mal, den Sinn, dass die halt die Fehler machen. Ihr greift die halt an. Richtig, genau. Öffentlich und dann machen die ihre Fehler. Ich meine, in dem Sinne ist die Öffentlichkeit quasi euer Hinterhalt für diese Amtsträger. Ja, richtig, genau. Die Öffentlichkeit, anders geht es nicht. Jeder Einzelne für sich kann kämpfen, wie er will. Aber in der Öffentlichkeit, wo sie nun mal stehen ist momentan, wird es halt einfach wahrgenommen. Das, wie gesagt, du hast auch mitverfolgt über Radio, über Zeitschriften, was jetzt gerade hier passiert. Und jeden Tag kommen von irgendwelchen Seiten ein paar Schläge auf den Landrat, auf das Jugendamt und die müssen sich immer wehren dagegen. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch über dich erzählen. Ja, also bei mir ist es, wie gesagt, so. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren, geht bei mir das Theater mit meiner Ex-Frau, die einfach das Kind ständig missbraucht für ihre Zwecke, für finanzielle Zwecke. Und das habe ich jetzt von Tübingen, jetzt bin ich nach Heutlingen weitergewandert und verfolge da den gleichen Weg quasi wie in Tübingen. Natürlich mit dem Vorteil, dass wir jetzt Erfahrungswerte haben, die wir jetzt relativ gut und schnell einsetzen können. Und da ging es einfach jetzt um Fehler vom Jugendamt, um die es mir geht, wo sie auch selber eingestehen, aber nicht bereit sind, diese zu bereinigen wieder. Und du hast wie viele Kinder? Also ich habe einen Sohn, der ist 14, lebt jetzt bei der Mutter und einen Sohn, der ist fünf, der wohnt bei mir mit meiner Frau hier. Also ich bin zum zweiten Mal verheiratet und von daher alles gut hier, geregelte Bahnen. Also eigentlich das perfekte Familienleben, was wir hier haben, im Gegensatz zur Mutter. Also es ist einfach so, wir haben eine Kontinuität, wir haben hier beide gute Jobs, wir haben ein Häuschen mit Garten, wie man sich das vorstellt. Wir haben, wie gesagt, sein Bruder wohnt bei uns und alles eigentlich in geregelten Bahnen. Und im Gegensatz zur Mutter, wo er halt schon zum dritten Mal geschieden ist und zehnmal oder fünfmal umgezogen ist in einem Jahr und lauter so Dinge einfach immer sagen muss, geht einfach gar nicht so was. Das ist dann Sohn ja 14, da könnte er ja eigentlich, sagt man selber, entscheiden. Da zählt ja der Kindeswille sehr viel. Genau, hat er ja getan, leider gegen mich nach einem Streit, nachdem er von der Mutter dann quasi beeinflusst wurde, seit zehn Jahren natürlich, ganz klar wurde er beeinflusst. Und es war im November eine Verhandlung und da ging es auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das die Mutter dann beantragt hatte und natürlich auch bekommen hat. Mit der Begründung des Richters, der Wille des Kindes zum einen, was natürlich aus der Luft hergezogen ist, weil der Wille des Kindes war nicht, das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf die Mutter zu legen, sondern sich bei der Mutter aufzuhalten. Das nächste war einfach, der Richter hat es begründet, also wirklich begründet damit, aus finanziellen Aspekten der Mutter, um die Mutter finanziell wieder handlungsfähig zu machen, um Kindergeld beantragen zu können, um Unterhalt beantragen zu können, musste man mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht den ziehen. Das war der Herr Richter Ries vom Amtsgericht in Reutlingen. Auch das war totaler Quatsch, weil ich vor Gericht gesagt habe, ich stimme der Ummeldung zu und somit ist sie befugt, Unterhalt und Kindergeld zu beantragen. Also sämtliche Begründungen waren aus der Luft gegriffen. Und das Schlimmste war eigentlich, dass der Richter eine Verfahrensbeiständin beauftragt hat, die 300 Meter Luftlinie von der Mutter entfernt wohnt, obwohl es in diesem Fall schon einen Verfahrensbeistand gab, der aber recht väterlastig ist. Das wollte er wahrscheinlich nicht haben. Dazu kommt dann noch, man muss sagen, die Mutter und ich waren seit sieben Jahren in der Beratung im Jugendamt und haben da das Wechselmodell quasi installieren können. Wir hatten ein erfolgreich gelebtes Wechselmodell. Das hat funktioniert, bis die Mutter wieder finanziell Probleme bekommen hat. Sie hat sich, wie gesagt, zum dritten Mal scheiden lassen und dann fing das Theater wieder an, sich in unsere Zeiten einzumischen, ihn wieder auf die Seite rüber zu ziehen. Und dann ging es eigentlich quasi, es ging um Streit mit meinem Sohn, wo er dann gesagt hat, geh jetzt zur Mutter und bleib da. Also wir hatten eigentlich eine Vereinbarung, gerichtliche Vereinbarung mit 20.000 Euro Strafe und hin und her, wenn man dagegen verstößt. Aber wie gesagt, das ist auf dem Papier, die wird nachher nie verhängt, gegen die Mutter sowieso nicht. Dann hat die Mutter einen Antrag gestellt auf das Bestimmungsrecht und das Jugendamt hat nicht diesen Berater, der uns seit sieben Jahren kennt, der die Mutter auch mittlerweile kennt, zu Gericht geschickt, sondern irgendeine unbeteiligte Person, die weder mit den Personen vorher gesprochen hat, noch die Fälle kennt, es gibt auch keine Akte beim Jugendamt und hat diese Person zu Gericht geschickt. Und die hat sich dann dafür ausgesprochen, das dem Vater zu entziehen. So ist es dann auch passiert. Und im Nachgang gab es dann ein Gespräch mit dem Jugendamt, wo sie dann gesagt haben, okay, das ist unglücklich gelaufen, hätte es auch nicht laufen dürfen, wir hätten nie dafür plädieren dürfen. Ja, sie geben ihren Fehler zu, das war ein Amtsfehler, sagen sie ganz klar, aber das zu korrigieren sind sie nicht bereit. Ich müsste halt zum OLG gehen, haben sie gesagt. Ja, ja, habe ich gesagt, also OLG, irgendwann reicht es auch mal, ja, ich habe keinen Lust auf sowas, dann stehen sie wieder da und machen wieder eine blöde Aussage, sie haben verbockt hier, sie haben das zu richten. Weiterhin kommt, dass gravierende Beweise der Kindswohlgefährdung vorliegen bei der Mutter. Mein Sohn postet bei Instagram Videos, wo er sich mit Alkohol zuhaut, mit hartem Alkohol, Shisha und so weiter, ja, diese ganzen Beweise liegen dem Jugendamt vor, lagen dem Richter auch vor, der sie nicht sehen wollte bei der Verhandlung, ja, und sie sagen auch ganz klar, es ist eine Kindswohlgefährdung, ja, harte Alkohol, sind wir uns alle einig, das ist langfristig, schädigt das Hirn und es ist eine Kindswohlgefährdung. Dagegen vorzugehen, haben sie nicht vor. Ganz klar. Also ich habe das alles schriftlich jetzt bekommen, dass sie nichts machen werden, dass es Aufgabe der Eltern ist, dagegen vorzugehen und ich habe einfach gesagt, ich kann nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn, dank Ihnen seit einem Dreivierteljahr, ja, ich kann nicht dagegen vorgehen, ich gehe zum Jugendamt, ich suche Hilfe beim Jugendamt und Sie helfen mir nicht, das heißt für mich Unterlassung, ja. Sie haben hier Hinweis auf Kindeswohlgefährdung, unterlassen hier irgendetwas zu tun. Das sind jetzt meine nächsten Schritte einfach, also ich habe gerade heute Morgen schon eine E-Mail wieder weggeschickt ans Jugendamt und einfach jetzt angekündigt habe, dass es jetzt einfach nicht mehr auf einen guten Weg geht, dass wir jetzt einfach in die Öffentlichkeit müssen, dass das Ganze jetzt zum Landrat von Reutlingen weitergeht, ja, und dann halt an der FAFG und an halt der Bürgerbeauftrage von Baden-Württemberg auch. Also der Sachbearbeiter, mit dem wir das Gespräch führen, der kennt mich sehr gut, der weiß das ganze Thema, ja, und weiß nicht, wie Sie jetzt reagieren, aber Sie wissen es und dass wir diese Connections haben, Sie wissen auch, was in Tübingen abgeht im Moment, wissen Sie auch, ja, aber so wirklich bereit, Sie müssen sich halt Fehler eingestehen, was Sie ja getan haben. Ich war im Dezember mit dem Gregor Gastrier, kennst du den? Auch einer von den fünf, genau, mit dem, den hatte ich mitgenommen als Beistand zum Jugendamt, ja, das nicht wieder heute A sage, morgen B, aber genauso ist es auch wieder, also im Gespräch mit ihm zusammen haben sie zugegeben, ja, es war falsch, wir haben einem Vater, dem man nichts vorwerfen kann, das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen lassen, natürlich hat es der Richter gemacht und nicht das Jugendamt, das ist immer die Ausrede, ja, und dann sage ich, klar, ihr spielt euch den Ball hin und her, der Richter sagt, ich habe auf Empfehlung vom Jugendamt gehört und das Jugendamt sagt, der Richter hat es ja getan, sage ich, den Ball könnt ihr jetzt wundern, das ist Blödsinn, bei mir nicht. Also wie gesagt, vom Jugendamt wurde es dann festgestellt, es ist eine Kindesruhrgefährdung und es war ein Fehler, mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen, weil die Mutter es nicht unterscheiden kann vom Sorgerecht. Das heißt, ich werde jetzt 100 Prozent wieder, wie die letzten acht Jahre aus dem Leben, meine Sohn ist rausgekegelt, ich bekomme keine Informationen mehr, schon zum Gerichtstermin war es so, dass zum Beispiel das Zeugnis im Sommer, die Mutter hat es bekommen und hat es wieder zurückgegeben, ohne mich sehen zu lassen, unterschreiben zu lassen oder irgendwas. Ja, ein ganz klarer Fehler, so was. Da hieß es dann nur für Gericht, sie können sich die Information auch selber holen, sie haben ja Sorgerecht. Ja, das ist totaler Blödsinn. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Mutter kann es nicht trennen. Ich habe seit einem Dreivierteljahr keine Information über Gesundheit, über Schule, über Sonstiges bekommen. Ja, und jetzt stehen wir wieder am gleichen Punkt wie vor 14 Jahren. Wir hatten ein Wechselmodell erarbeitet, ja, das Beste für das Kind überhaupt und nur, weil es der Mutter nicht gepasst hat. Sie konnte nie damit klarkommen, das war das Problem. Also sie hat immer schon gegen mehr Umgang gekämpft und dass der Vater das Kind mehr sieht. Dann war das Wechselmodell da und sie konnte nie klarkommen damit. Ja, und wie gesagt, das ist einfach ein finanzielles Ding, was sie da einfach hat. Sie hat es jetzt aufgelistet in der Verhandlung. Das heißt, sie ist ohne Unterhalt und Kindergeld nicht einmal in der Lage, ihre Immobilie abzubezahlen. Also geschweige denn von irgendwas zu leben oder sonst was. Sie bezahlt mehr für ihre Immobilie als überhaupt verdient. Ja, dieser Bearbeiter vom Jugendamt, der hat das mittlerweile verstanden, ja, wollte sich aber damals beim Gerichtstermin also nicht dazu begeben, weil seine Begründung war, er möchte nach der Verhandlung als neutraler Berater weiterberaten. Und darum kam halt irgendeine, sage ich, ich hätte jemanden von der Straße nehmen können, 50 Euro geben und sagt, bitte sagt für mich aus. Jetzt wäre das Gleiche rausgekommen. Ich habe dann, wie gesagt, dem Jugendamt, mal geschrieben, sagt, auf welcher Basis hat die denn ihre Entscheidung getroffen? Da hieß es aufgrund der Aktenlage. Das Lustige daran ist, es gab keine Akte zu dem Zeitpunkt in Reutlingen. Die Akte war leer. Das erste war dieser Antrag vor Gericht. Was haben sie dann genommen? Sie haben ja gar nichts. Doch, wir haben eine Akte. Sie haben gar nichts da. Es gibt gar nichts in Reutlingen. Das fängt jetzt erst an. Wir waren nie in Reutlingen beim Jugendamt, außer eine Beratungsstelle, die aber ein Außenamt ist vom Jugendamt. Und der macht auch nur seine Gesprächsnotizen, aber sonst nichts weiteres. Da musste er zugeben, ja, es war einfach ein Fehler. Und, ja. Das, ähm, ich verstehe noch nicht. Für euch war das Jugendamt Tübingen zuständig? Richtig, bis das Kind dann quasi zur Mutter nach Reutlingen gegangen ist und jetzt ist halt Reutlingen wieder zuständig. Ach so, das heißt, ähm. Also ganz kurz, früher hat er bei mir gewohnt in Tübingen oder in Gomaringen, ja, was zu Tübingen gehört. Die Mutter hatte auch hier gewohnt in Tübingen, in Gomaringen. Dann hat die Mutter sich einen Neubau hingestellt, ja, im Landkreis Reutlingen. Damit hat die Zuständigkeit gewechselt nach Reutlingen. Und wir sind in Reutlingen auch zur Beratung gegangen. So, dann ist das Wechselmodell eingetreten. Das Kind hatte seinen Hauptwohnsitz wieder in Tübingen, ja, damit er hier auf die Schule gehen kann. Er geht immer noch bei mir auf die Schule, muss jeden Tag 20 Kilometer fahren mit dem Bus. Und dann war quasi eigentlich, ja, Zuständigkeit lag in Tübingen. Da bin ich wieder auf die Gruppe gekommen, auf die fünf Leute quasi. Aber die Zuständigkeit wurde jetzt nach Reutlingen abgegeben, schon im Vorfeld, weil das Kind hält sich ja quasi in Reutlingen auf. Unabhängig vom Wohnsitz, wo er gemeldet ist, hält sich da auf. Also sind wir raus. Da gibt es ein Schreiben vom Landrat Walter von Tübingen, der mir das geschrieben hat. Sie sind nicht zuständig, weil das Kind sich gerade nicht bei mir aufhält. Okay, und der Berater, der neutral bleiben wollte, der war jetzt von Reutlingen oder von Tübingen? Der war von Reutlingen. Nur leider kam er dann nicht vor Gericht und dann kam das Ganze halt anders, wie man es halt so kennt. Vier Frauen, ein Mann. Und dann nach dem Gespräch, wie gesagt, nach der Gerichtsverhandlung hatten wir ein Gespräch mit dem Amtsleiter und diesem Berater. Und der Berater sagt, er hätte niemals dafür plädiert. Also das war der größte Fehler, das zu machen überhaupt, auf die Mutter zu legen. Aber wie gesagt, das dagegen zu machen, das geben alle ihre Fehler zu, aber sind nicht bereit, irgendwas zu ändern. Das heißt, vor Gericht war dann eine andere Sachbearbeiterin zuständig, die empfohlen hat, dass die Mutter das auch als Bestimmungsrecht bekommt. Vor Gericht war eine Sacharbeiterin, die überhaupt nie etwas mit dem Beteiligten zu tun hatte, die Situation nicht kannte, kein Wort mit ihnen gesprochen hatte, keine Information hatte, weil es keine Akte gab, die auch wirklich ruhig war im Gericht, weil sie nichts sagen konnte. Nur als der Richter dann gefragt hatte, hieß es, ja, wir sind dafür, uns auf die Mutter zu legen. Aber auch sie sagt heute, es war falsch, ja. Aber, ja. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das alles eine Farce ist und dass es nur darum geht, die Entscheidungen herbeizuführen, die politisch gewollt ist. Richtig, genau. Okay. Man hat wieder auf die Hintergründe geschaut, wie gesagt, Kontinuitätsprinzip, ja, Umfeld vom Kind, der hat seinen Sportverein, seine Freunde, ja, die Schule hat er hier, ja, die Kontinuität bei den Eltern. Bei mir, wie gesagt, wir gehen beide seit Jahren in der gleichen Firma arbeiten, haben seit 15 Jahren das gleiche Haus, immer gleiche Partner. Ich bin verheiratet seit zehn Jahren jetzt mit meiner Frau. Ja, also, es ist eigentlich bei uns alles schön in geregelte Bahnen. Wir haben bei der Mutter, als er auf und ab ist, Mann, heirat, wieder getrennt, wieder geheiratet, wieder Kinder bekommen, nächste Leute ins Haus reingeholt. Also, total wirrwarr eigentlich. Bei ihr ist eigentlich, kann man von Kindsmissbrauch sprechen, sie missbraucht ihn für ihre finanziellen Zwecke. Kann man einfach so sagen, ja. Ich glaube, das ist, das kann man nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt, beziehungsweise nicht die psychologische Ausbildung dazu hat, um es zu verstehen, weil diese Eltern-Kind-Entfremdung ist ja eine Art von narzisstischem Missbrauch. Ich denke, deshalb sprichst du auch von Missbrauch. Da wird das Kind so indoktriniert, dass es im Grunde das tut und macht, was der eine Elternteil will, der das Kind für seine eigenen Zwecke zur Befriedigung seiner materiellen, emotionalen Bedürfnisse einsetzt und missbrauchen will. Also, ich muss einfach noch ein Beispiel bringen, ganz einfach. Es war vor zwei Jahren, da war so, die Mutter und der Sohn kamen an Weihnachten, beide Tränen in den Augen, hatten sich gestritten und sie hat gesagt, ich will nie wiedersehen, hatten bei mir abgesetzt. Dann habe ich zwei Tage, erst mal einen Tag gewartet, nach zwei Tagen ganz vernünftig mit ihr gesprochen, gesagt, was ist los gewesen. Ja, ganz normal und toll geretagiert, das war nicht in Ordnung für euch, aber ja, also wirklich, wieder guckt, dass die zwei sich annähern. Genau die gleiche Situation, was heißt die gleiche Situation, eine andere Situation hatten wir jetzt letztes Jahr im März. Ja, da ging es um Corona und ich hatte meinem Sohn gesagt, es gibt einen Verdacht von Corona bei unserer Familie, das heißt, wir werden uns mal zu Hause aufhalten. Ja, und dann hat er halt einfach kein Verständnis gezeigt dafür, dass es dann zum Streit kam. Aufgrund dieses Streits ist er dann zur Mutter gegangen, die dann sofort am nächsten Tag zur Rechtsanwältin und zum Jugendamnischen sagt, das Kind will sofort hier wohnen, anstatt vernünftig zu reden, ja, diese emotionale Lage vom Kind ausgenutzt hat und sagt halt so, und jetzt hauen wir gleich richtig drauf. Obwohl es eine gerichtliche Vereinbarung gab, wo drin stand, ganz eindeutig, wenn sich der Kindeswille ändern sollte zum Wechselmodell, dann gehen wir nach Euling in die Beratungsstelle und besprechen das neu. Also quasi gegen eine gerichtliche Vereinbarung verstoßen. Ja, also wir hatten die Vereinbarung gemacht mit dem Jugendamt, ich hatte aber gesagt, mir reicht das nicht, weil ich weiß, die wird dagegen verstoßen wieder. Ich sagte, wir gehen nur zu Gericht, lassen das Ganze absegnen und gut ist. Hat mir im Endeffekt überhaupt nichts gebracht. Der ganze Verstöße sind alle ignoriert worden. Ja, die Vorwürfe über Kindeswohlgefährdung durch Alkohol und Shisha-Rauchen wurden nicht einmal gesichtet. Ich habe den Richter dreimal drauf hingewiesen, gesagt, das Tablet ist hier, wir können die Videos anschauen. Nicht mal das Jugendamt wollte die Videos sehen. Das sind gravierende Vorwürfe, die man eigentlich einmal nachgehen muss. Jetzt im Nachhinein haben wir es dann im Jugendamt gebracht, diese Dinge, nochmal extra diese Videos. Die haben sie gesichtet und natürlich sie auch wieder versucht rauszureden, sagt, ja, man sieht eine Party, ja, man sieht, man sieht, man sieht. Also auf einem Bild sieht man, mein Sohn liegt auf einer Warmbarke von der Straße mit der Flasche Jägermeister in der Hand, zwei Mädels mit Wodkaflaschen auf ihm drauf, sage ich, Entschuldigung. Und dann gibt es so die Videos, so die Videos in seinem Zimmer gedreht und es wird alles immer weg geredet. Er sagt, fahren wir einfach hin, schauen wir mal, was Sache ist. Ja, wir können das nicht, wir sind das Jugendamt. Er sagt, brauchen Sie mir nicht erzählen, was Sie können und was Sie nicht können. Das weiß ich klar besser. Also tut mir leid. Wenn man will, können Sie sofort da reingehen und sagen, so, Gefahrenverzug, Polizei mitnehmen und sagen, hier, raus damit. Also wie gesagt, momentan versuchen Sie das Ganze ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Was natürlich nicht funktioniert, wissen Sie auch. Ich habe jetzt drei Tage vor Weihnachten quasi Schreiben bekommen über Ablehnung von Akteneinsicht. Unter dem ganz normalen Grund natürlich, was jetzt an der Bürgerbeauftragte gehen wird, weil mit dieser Ablehnung hat bis jetzt jeder oder mit Bürgerbeauftragten, jeder von Tübingen hat Akteneinsicht bekommen. Nachdem sie erst abgelehnt wurde, hat sich der Bürgerbeauftragte eingeschalten und dann hat es funktioniert. Den gleichen Weg werde ich jetzt natürlich auch gehen und dann noch einschreiben, wie gesagt, dass diese Kindeswohlgefährdung nicht gesehen wird. Und wenn es, dann ist es Sachen von den Eltern. Und ja, in die Gespräche erzählen Sie uns jedes Mal was anderes und jetzt kommen Sie halt so. Ja, aber jetzt muss man halt gucken. Ich will jetzt einfach, weil jeder Tag, der jetzt gerade so weit in der Situation verbringt, ist eigentlich für seine Gesundheit gefährdend. Ja, und das Jugendamt, ja, ignoriert es einfach. Wir haben, sind da relativ aggressiv aufgetreten auch beim Jugendamt, nicht im Gespräch, aber wir haben zum Beispiel unseren Anhänger. Ich weiß nicht, ob den kennst du, unseren Anhänger? Ja. Ja, den haben wir direkt vor das Jugendamt gestellt. Der Chef vom Jugendamt hat einen Anhänger. Das ist ja so ein Aufbau, wo dann Plakate drauf sind. Nein, das ist eine Plane. Wir haben eine Plane, eine weiße Plane gekauft und haben dann quasi, du kannst ja Schriften, kannst ja im Internet bestellen und haben das dann in der gemeinschaftlichen Arbeit hier bei mir dann drauf gemacht, diese ganze Schrift. Da steht drauf, Jugendamt Tübingen diskriminiert Väter und ihre Kinder. Das Ganze mit einem Fragezeichen, um juristisch nicht angreifbar zu sein. Aber die Nachricht kommt auf jeden Fall rüber, weiß jeder Bescheid, ob da ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen steht. Das ist erst mal, der das liest, ein Interesse hat, egal. Dann steht eine Homepage drunter und eine Handynummer, auch betroffen, dann melde dich, Handynummer und eine Homepage, die aktuell aber noch nicht aktiv ist. Ich glaube, ich habe ja einen Fall verfolgt und auch darüber berichtet. Das Fragezeichen braucht es nicht, weil das Jugendamt Tübingen diskriminiert ganz definitiv. ein Elternteil, da habe ich keine Zweifel dran. Und da werde ich und da würdet ihr auch nicht dafür verklagt werden. Das ist eine Meinungsäußerung und es ist schlichtweg eine Wahrheit, die man ja auch beweisen kann. Ich habe erlebt, bei der Berichterstattung in Freifam, die werden genau dann nicht gegen einen vorgehen, weil sie ja wissen, wenn es vor Gericht geht, wird da festgestellt, dass es die Wahrheit ist, dass man vom Jugendamt diskriminiert wird als ein Elternteil. Also ich selber denke, bin überzeugt, es sind nicht immer nur die Väter, es sind ja auch Mütter, die diskriminiert werden, zwar zu einem kleineren Anteil. Aber es ist dieses Prinzip, dass wenn die Eltern sich uneinig sind, kommt das Kind zu einem Elternteil. Und da ist dein Fall leider ein tragisches, prototypisches Beispiel dafür, weil ihr habt sechs Jahre das Wechselmodell. Ne, zwei Jahre hatten wir es. Zwei Jahre. Ich hatte von 2010 oder 2011 gekämpft bis 2017, hatten wir gekämpft für das Wechselmodell, dann haben wir es endlich gehabt und innerhalb von einer Stunde ist es dann quasi zerstört worden. Okay, das heißt, du hattest fünf Jahre Kampf, dann zwei Jahre Wechselmodell und dann in Nullkommanichts wurde das Ganze am Gericht kassiert. Ne, es waren sieben Jahre Kampf, sieben Jahre Kampf bis 2018. Ja, und 18 haben wir es installiert und 19 kam dann gleich ihre Trennung wieder und dann fing der Stress, wie gesagt, an. Also davor hat alles super funktioniert. Man hat sich informiert gegenseitig. Wenn einer nicht zum Elternabend konnte, dann sagt man, komm, ich gehe hin, ich erkläre dir, was war. Man hat Termine getauscht, oder was heißt getauscht, wenn jemand sagte, du pass auf, am Wochenende ist eine Feier bei mir, kann er da kommen? Dann hat man gesagt, logisch kann er kommen. Klar, und ohne irgendwie dann ein Gegenwochenende zu fordern. Also wirklich alles super top funktioniert. Bis die Mutter halt wieder ihren Rappel bekommen hat und hat sich getrennt. Dann kam sofort eine Zahlungsaufforderung von 16.000 Euro, Unterhaltsrückstände bitte nachbezahlen. Ja, da fing das ganze Theater an. Ja, und da habe ich auch schon. Ich glaube, man sieht da leider sehr gut, dass der Staat für seine Politik dann halt den Elternteil benutzt, instrumentalisiert, um seine Ziele durchzusetzen. Ich denke mal, deine Ex-Partnerin, die war, während sie in der Beziehung war, emotional ausgeglichen. Sie hatte finanzielle Zuwendungen von ihrem neuen Partner. Das heißt, da musste sie auch keine Sorgen machen. Und als das Ganze zerbrochen ist, hat sie erstens emotional ein Problem gehabt, ja, als vermutlich, ja, narzissische Persönlichkeit, hat sie nicht den Zufluss an Zuneigung bekommen, den sie brauchte. Und sie hatte sofort einen neuen Partner. Sie ist immer so, bevor sie sich trennt, sucht sie erst mal neun. Also das war bei mir so, das ist, jetzt war es wieder so bei ihrem ersten neunzugen. Dann hat sie vorgestellt als Freund von früher. Der damalige Ehemann hat die dann reingelassen und begrüßt als Freund von früher und toll, dass du da bist. Ja, und dabei war es halt ihr Liebhaber. Er konnte gehen. Ja, er war recht, um ihr ein Haus zu bauen quasi. Er war Beamter, ja, bekommt entsprechende Kredite. Ja, logisch, dann sind es halt so ein Nullkommaschlagmichtod. Und natürlich auch das Geld, weil die Sicherheit einfach da ist. Er war Bundesgrenzschutzpolizist. Nachdem das Haus jetzt quasi gebaut war und die Kinder in einem Alter, wo man so eine Mutter nicht mehr nehmen würde, konnte er dann gehen nach vier Jahren. Okay, und bei der neue Partner hat wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel wie der vorherige. Er ist Spackerfahrer, ja. Aber... Bisschen schwieriger als bei einem Beamten. Also ist sie vielleicht emotional irgendwie, beliefert, aber halt finanziell nicht. Finanziell ist sie, sie hat eine Auflüstung gemacht, wo ganz klar drinsteht, sie verdient 1.500 Euro und bezahlt fürs Haus 1.700 Euro. Okay, und das ist natürlich die naheliegende Idee. Was ist die beste Geldquelle? Das ist das Kind. Einfachstecken, genau. Der Kindesunterhalt. Und der Richter hat dann... Das würde mich interessieren. Wie sieht denn diese Formulierung aus, von der du sagst, dass der da im Grunde so entschieden hat, um die Mutter finanziell zu päppeln? Also wortwörtlich kann ich es jetzt nicht sagen, aber um die Mütter finanziell oder... Ja, was stand denn drin genau? Um sie wieder fähig zu machen, handlungsfähig zu machen. So hat er es ausgedrückt, handlungsfähig zu machen. Im Sinne des Kindeswohls wahrscheinlich, dass die Mutter da als Eltern teilzunehmen ist. Nein, nein, handlungsfähig im Sinne von Unterhalt und Kindergeld. Ganz klar, somit hat er es begründet. Ja, also wie gesagt, um die Mutter handlungsfähig zu machen, das war eigentlich seine Worte im Thema Unterhalt und Kindergeld. Hat er es begründet? War es notwendig? Und auch das war gelogen. Wie gesagt, ich habe es dem Richter geschrieben, dass ich dem ja zugestimmt hatte vor Gericht. Da es nicht nötig war, das auf die Mutter umzulegen. Und als zweites halt begründet mit dem Kindeswillen, der sehr ausgeprägt ist. Da habe ich zum einen mal gesagt, Kindeswohl steht über Kindeswille. Und der Aufenthalt bei der Mutter aufgrund vom Alkoholmissprojekt dient nicht dem Kindeswohl. Und zum Zweiten war es nicht der Kindeswille, das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf die Mutter zu legen, sondern sich im Moment, solange dieser Streit anhält, bei der Mutter aufzuhalten. Und auch dem habe ich zugestimmt. Dieser Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts war total unnötig. Ja, das ist keine Frage. Also, dass man sich mal streitet, ist ja ganz normal. Und Kinder fluktuieren zwischen den Eltern, lehnen sich mal mehr dem Elternteil an, dem Mann, dem anderen, um halt das Imago, die Persönlichkeit des Elternteils in sich aufzunehmen, gleichzeitig dann die eigene Persönlichkeit zu formen und dann auch in eine Ablehnung gehen zu dem Elternteil, dann wieder hinzugehen. Das sind ja ganz normale Prozesse. Sondern wenn da ein Richter wie der Herr Philipp Ries vom Amtsgericht Reutlingen eingreift in so eine normale psychologische Dynamik und dann das dazu führt, dass du deinen Sohn jetzt ein Dreivierteljahr nicht siehst und er dich nicht und er damit im Grunde diese Ablehnung ja verstärkt, dann hat er von Psychologie keine Ahnung, ist völlig inkompetent und entscheidet auf Grundlagen, für die es keine gibt. War das eigentlich jetzt eine Eilsache oder eine Hauptsache? Das war eine Hauptsache. Und war da kein psychologischer Gutachter involviert? Nein, eine Verfahrensbeistende war mit dabei, die mit ihm geredet hat. Aber die Verfahrensbeistende, ich habe die schon angerufen, wo ich das Schreiben bekommen habe, dass sie zuständig sein wird, sage ich, mit Ihnen schwätzt überhaupt kein Wort, weil 300 Meter von der Mutter entfernt, das stinkt mir ganz gewaltig zum Himmel. Und so entsprechend kam sie dann auch hierher zu uns, hat ein Gespräch geführt, natürlich immer sehr provokativ. Also sie wollte eigentlich keine Fakten haben. Wie heißt diese Verfahrensbeiständin? Blumkiefer. Sie ist ganz neu als Verfahrensbeiständin, selbstständig. Hat vorher, jetzt kommt's, in der Beratungsstelle gearbeitet, in der wir sieben Jahre zur Beratung waren. Ja. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, sie soll sich bitte Informationen von dem Berater holen. Das hat sie natürlich nicht getan. Sie braucht da eine Schweigepflichtentbindung. Ich sage, bekommen Sie von mir? Ja, von der Mutter auch. Und der Richter Ries wollte eigentlich nicht das Aufnahmestimmungsrecht auf die Mutter legen. Ja, nur aufgrund der dann nochmal eindrücklichen Darstellung mit Playmobil-Männchen, nicht Lego war es, glaube ich. Lego-Männchen vor Gericht von dieser Verfahrensbeiständin. Die ist keine Psychologin, das ist völliger Schwachsinn, wenn die da so eine Aufstellung, so eine Pseudo-Familien-systemische Aufstellung machen lässt. Was ist die Pädagogin? Also auch wenn man den Bericht liest. Wenn man den Bericht auch liest, sieht man, dass dieser Bericht ganz klar einstätig geschrieben ist von ihr. Also die Mutter wird erklärt in ihrem Handeln und Tun. Da wird zum Beispiel das tolle Reich von meinem Sohn, wird quasi dargestellt. Er fühlt sich wohl in seinem Reich. Die Wahrheit ist, er musste den Keller ziehen. Sie hat quasi das Kinderzimmer vermietet und er muss den Keller runterziehen. Dann habe ich sie immer gefragt, ob sie mal hier sein Zimmer sehen möchte. Erst nach mehrmaligem Auffordern hat sie dann das Zimmer auch mal angeschaut, was er bei uns hat. Hat er bei uns auch ein Zimmer, wo alles drin ist. Also sie war überhaupt nicht interessiert, was hier abläuft. Aber es ist doch jedem klar, dass die Lebenssituationen von dem Kind, solange da keine Ratten drin sind und Messi-mäßig verschimmelt und was weiß ich was, spielt das gar keine Rolle. Das ist irrelevant. Ich möchte damit nur darstellen, dass es verherrlicht wurde bei der Mutter, wie toll sein Reich ist. Und während der Vater eigentlich nur an die Wand gestellt wurde, egal was er macht. Als Beispiel, sie hat zu mir gesagt, ich soll Kontakt suchen zu meinem Sohn. So, dann hatte ich ein Gespräch in der Schule mit der Lehrerin und habe sie danach gebeten, ob es möglich ist, dass ich meinem Sohn was in sein Fach reinlege. Eine kleine Aufmerksamkeit, einfach ein paar Bonbons, die er so gern mag. Das hat die Lehrerin zugelassen und sagt, ja, ich bringe sie ins Klassenzimmer, können Sie was reinlegen. Das wurde mir vor Gericht und auch von dieser Verfahrensfraktion wieder als negativ dargestellt. Ich wäre in seinen persönlichen Schutzbereich eingedrungen. Man sagt, diese Frau ist komplett, sie sagt, ich soll hier Kontakt aufnehmen. Das Nächste war, da sage ich, ja, ich kann ja nicht mehr, er hat eine neue Handynummer. Eigentlich hat er eine von uns, die hat jetzt nicht mehr eine neue und ich habe sie nicht bekommen. Ja, sie können ja auch Briefe schreiben. Das war die Aussage dann und alle haben sie beifahrt geklatscht, im übertragenen Sinne. Da muss jemand einschreien und sagen, nee, das geht nicht in der heutigen Zeit. Hier war ein Wechselmodell. Der Vater hat sich gekümmert, um alles gekümmert. Während die Mutter wieder Party gemacht hat. Ich war bei jedem Elternabend da, Informationsgespräch für weiterführende Schulen und hin und her, während die Mutter dort mit Abwesenheit geglänzt hat. Und jetzt werde ich so dargestellt, sage ich, das geht nicht. Also wir haben uns zehn Jahre lang gekümmert. Diese Frau war ja nicht zufällig auch am Jugendamt tätig und hat sich dann zu Verfahrensbeiständen in Anführungsstrichen ausbilden lassen. Das ist ja was, da zahlst du Geld, bist ein Wochenende dort und dann darfst du sagen, du seist eine ausgebildete Verfahrensbeistin. Das hat überhaupt keine Relevanz, diese Ausbildung. Es gibt da kein staatliches Zertifikat oder sonst irgendwas, was dann, ja, also es ist wirklich lächerlich, was da mit welcher Anmaßung und Anschein der Fachlichkeit solche Verfahrensbeistände und Verfahrensbeiständinnen auftreten. Und es geht hier nur um Meinungsmache und eine Hetzjagd gegen einen Elternteil. Und dass das Jugendamt Reutlingen dann so auf die Art, ja, war ein Fehler, ja, wie du gesagt hast, es war genau so beabsichtigt. Und nachher sagt man halt, tut uns leid, war ein Fehler, ja, und schiebt es dann auf den Richter. Und der Richter schiebt es auf die anderen. Und dieses Spiel ist so, wenn man es mal erlebt hat, so durchschaubar und so klar. Aber es ist einfach diese Arroganz der Macht, mit der man das durchdrückt, ja, als Behörde. So what? Dann zieht er halt sein Kind zwei Jahre nicht und dann sagt man halt irgendwann, naja, jetzt ist halt keine Bindung mehr da, jetzt müssen wir das Kind auch gar nicht mehr zum Vater lassen. Das ist das Ziel, der Staat hat das Ziel, ja, wenn die Eltern sich nicht einig sind, sagt der Staat nicht, Moment, die Kinder brauchen beide Eltern, sondern der Staat sagt, okay, welcher Elternteil stinkt hier am meisten rum? Ja, die Mutter, dann hängen wir uns an die ran und dann kriegt halt der Vater das Kind nicht. Wenn jetzt du der gewesen wärst, ja, der da Trouble gemacht hätte und die Mutter wäre aber die gewesen, die gesagt hätte, nee, ich will, dass das Kind bei beiden Eltern ist, dann hättest du jetzt halt deinen Sohn. Ja, das Thema ist einfach, was in Tübingen auch sehr stark zu beobachten ist, dass gar nicht drauf geschaut wird, wer Ärger macht. Das halten wir ja auch dem Landrat vor. Das heißt, wenn es andauernd Streit gibt, dann wird halt einer aus dem Spiel rausgenommen. Und das ist halt der nicht betreuende Elternteil. Es wird nicht geschaut, wer macht den Stress die ganze Zeit, wer kommt nicht zu Beratungsgesprächen, sondern es wird einfach quasi der nicht betreuende rausgenommen. Das heißt quasi, es ist ein Freischein für die Mütter, lang genug nach Stress zu suchen und dann bekomme ich es. Und genau so scheint es heute gar zu sein. Es sind nicht die Mütter, sondern das Schema, das ich durch die vielen Fälle, die ich mittlerweile kenne, sehe, ist, der Elternteil, der mehr verdient, der kriegt die Kinder nicht. Und im Hintergrund steht das Ziel des Staates, Sozialhilfe, Sozialabgaben zu drücken. Ja, weil wenn da zwei Eltern sind, die die Kinder im Wechselmodell betreuen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass zumindest einer ALG II braucht oder Hartz IV, um die Kinder betreuen zu können. Und das Risiko ist sogar relativ hoch, dass beide aufstocken wollen, um die Kinder betreuen zu können. Und dann muss der Staat Sozialhilfen zahlen. Und das will er nicht. Das ist mir klar, ja, das weiß ich schon, dass eigentlich, wenn die Mutter Unterhalt zahlen muss, muss die Unterhaltsvorschusskasse einspringen wahrscheinlich und zieht ihr Geld in den dümmsten Fällen nicht mehr. Wenn der Vater zahlen muss, dann bekommt das schon klar, dass gerade was finanziell dahintersteckt. Und das bei Millionen von Kindern hochgerechnet, gibt einen Betrag zusammen. Genau, und dann sind die Kinderrechte völlig egal. Dass ein Kind das Recht hat, laut Grundgesetz, in Gleichberechtigung erzogen zu werden. Ja, Artikel 6, die Eltern sind für die Kinder zuständig sozusagen. Artikel 3, Gleichberechtigung. Okay, dann hat das Kind das Recht, in Gleichberechtigung erzogen zu werden. Das ist ja nur eine Theorie, die im Grundgesetz steht, aber keine lebenspraktische Relevanz hat. Also müssten eigentlich die Richter sagen, jedes Kind hat dieses Recht, von beiden Eltern gleichberechtigt erzogen zu werden. Machen sie aber nicht, weil finanzielle Interessen dahinterstehen. Und dadurch werden dann diese Behörden und Richter zu Kinderrechten schendern. Das Schlimme ist in meinem Fall halt wirklich, dass wir ein funktionierendes Wechselmodell hatten. Das ist halt das Schlimme an den ganzen Dingen. Es hat wirklich super funktioniert. Das Kind war zufrieden, war ruhiger und entspannter. Und jetzt ist er wieder in dieser Situation drin. Er fühlt sich gerade wohl mit seinen neuen Freunden, die alle 16, 17, 18 sind und Alkohol konsumieren dürfen und er mittendrin. Der Staat hat sein Ziel erreicht und will jetzt alles im Grunde unterdrücken, vertuschen, was dieses Ziel wieder zunichte machen könnte. Gut, Sie haben gesagt oder haben mir geraten, er sagt, er darf mir eigentlich nicht raten, einen neuen Antrag zu stellen auf Aushaltsbestimmungsrecht, den Sie dann entsprechend unterstützen werden. Er sagt, ich bin doch nicht blöd und laufe alle vier Wochen zu Gericht. Der Richter lacht mir aus, sagt, jetzt habe ich gerade Beschluss gemacht und es weggenommen. Also man sagt, was heißt entsprechend? Es könnte ja auch eine Falle sein, weil was dann typischerweise passiert ist, das Jungenang sagt ja immer dann zu dem Elternteil, der entsorgt wird, sagen die dann, tut uns leid, können wir nichts machen, gehen Sie zum Gericht und dann gehst du zum Gericht und dann wird es noch schlimmer. Dann sagt man, ja, der Vater, der ist hier, der streitet hier, der behauptet, er hatte Vorwürfe gegen die Mutter. Und dann sagt man, ja, dann muss man ihm jetzt die Gesundheitssorge auch noch entziehen. Und mir geht es, also wenn ich sowas machen würde, dann würde ich es nur machen, wenn eine entsprechende Stellungnahme bereits vor Antragstellung vorliegen würde. Dass Sie mir sagen, wir raten Ihnen gehen zum Gericht. Wir haben das gesehen. Dass ich alles schriftlich hätte, dann würde ich zu Gericht nochmal gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wie heißen denn die Leute beim Jugendamt, die da zuständig sind? Also der Herr Pass ist unser Berater gewesen, der recht gut ist. Wie gesagt, der hat von mir heute eine E-Mail bekommen. Dann der Herr Fix. Der Herr Fix ist der Gruppenleiter. Und die Frau Camarota, das war diese Person, die eigentlich als Fischwürde dahin geworfen wurde. Geh du mal dahin ohne Informationen und sag mal das Übliche aus. Dann hat die Frau Camarota und wie hieß die Verfahrensbeiständin? Die hieß Blum Kiefer. Also Frau Camarota und Frau Blum Kiefer, die haben Sie wahrscheinlich abgesprochen, nehme ich an. Nein, die kannten sich nicht mal vorher. Die kannten sich nicht. Na gut, vom Amt her vielleicht, ja. Aber da gab es eine Stellungnahme, wie gesagt, von Verfahrensbeiständin, die hat das Jugendamt erst im Gericht übertragen bekommen, ja, übergeben bekommen ins Jugendamt. Und die Aussage von dem Herrn Fix, vom Gruppenleiter, war aber, die Frau Camarota hat aufgrund dieser Stellungnahme und der Akte entschieden. Ich sage, die Stellungnahme, das ist... Es gab keine Akte. Die Akte gab es nicht und die Stellungnahme hat sie vor Gericht bekommen. Und wenn sie dann im Gericht bei einer Verhandlung die 13-seitige Stellungnahme durchliest, dann ist sie, glaube ich, falsch am Platz. Also tut mir leid, sie muss eigentlich der Verhandlung folgen. Also wie gesagt, das kann alles, was sie sagen, widerlegt werden. Was war denn jetzt eigentlich der Grund, dir das ABR zu entziehen und allein deiner Ex-Partnerin zuzuweisen? Die Begründe finanziell und der Kindeswille. Das war die Begründung. Aber du hast dich doch nicht gegen den Kindeswille gestellt. Nein, ich habe ja gesagt, ich akzeptiere den Aufenthalt. Und das Finanzielle kann kein Grund sein. Nein, aber es wurde so beschildert. Ich kann es dir mal schicken, dann später den Beschluss noch, schicke ich dir hinterher mal. Okay, dann hat der Herr Philipp Ries genau so entschieden, wie es ja das Jugendamt wollte, aber dann nachher als Fehler eingestanden hat. Das Jugendamt hat eigentlich, ja, sie wollte es, glaube ich, nicht. Sie hat halt sich einfach der Meinung angeschlossen. Ja, weil sie halt keine Ahnung hat. Und eine Verfahrensbeiständin. Genau. Ja, und heutzutage ist ja so, dass ja das Gericht keine Beschlüsse gemacht hat. Eine Verfahrensbeiständin wird ja vom Richter beauftragt. Richtig. Und der zahlt sie dann quasi auch über die Staatskasse. Genau. Das ist auch so ein Grund, wo ich sage, was ich nicht verstehe, diese Frau war jahrelang in der Beratungsstelle, die Verfahrensbeiständin, fest angestellt und hat sich dann in der Pandemie, mit Anfang der Pandemie, hat die sich selbstständig gemacht, hat das Jugendamt verlassen und arbeitet nur noch als Verfahrensbeiständin. Also wer macht so was? Da muss es Gründe geben dafür. Für mich ist das offensichtlich. Da war einer jahrelang bei der Truppe im Jugendamt Reutlingen tätig und ist jetzt quasi wie so eine Art Außenstelle als Verfahrensbeiständin, als anscheinend unabhängige Verfahrensbeiständin tätig. Das macht es natürlich für das Jugendamt Reutlingen sehr angenehm. Dann könnte ich sagen, ja, also wir wollten es eigentlich nicht, aber die Verfahrensbeiständin, dann sieht das Ganze so aus, wie wenn dann eine Person, die nichts mit dem Jugendamt zu tun hat, da irgendwas empfohlen hätte. Und was ja auch klar ist, diese Verfahrensbeiständin kann psychologisch ja überhaupt gar nichts sagen. Die ist da völlig inkompetent. Als Pädagogin kann die nicht sagen, dass du da bei deinem Sohn in seinen persönlichen Schutzbereich eingedrungen seist. Das kann nur ein Psychologe feststellen und sie hat da gar keine Ahnung. Also das war eine inkompetente Aussage. Und dann sagten die nachher, ja, wenn man sie da angreift, ja, das war halt meine Meinung. Und das Jugendamt sagt dann nachher auch, ja, das war halt nur unsere Meinung. Und der Richter entscheidet im Endeffekt, nur auf Basis von Meinungen. Aber es gibt keine Tatsachen und keine kompetenten Einschätzungen. So war es in deinem Fall. Also ich muss sagen, ja, dieser Herr passt von der Beratungsstelle. Das ist wirklich so der auf meiner Seite. Den wollte ich eigentlich dabei haben. Wenn der dabei ist, dann läuft alles. Weil der es realistisch sieht. Der steht für mich, der sieht die Fakten. Und auch dieser Berater hat sich dann im Gespräch im Nachhinein über den Bericht aufgeregt der Verfahrensbeistellin und sagt, das kann nicht sein. Der hat dir nach einer Stunde Gespräch mit drei Beteiligten, ja, jeweils eine Stunde, so einen Bericht hier abliefert, sagt, das ist eine Frechheit, so was. Das habe ich alles dem Richter geschrieben. Dann ist der Beschluss des Richters, doch geht das wohl gefährdend, wenn der Herr Paas sagt, das kann ja nicht sein. Du kannst aber nur zum OLG wieder gehen. Das wäre das Nächste gewesen, zum OLG zu gehen. Und für was? Um das Schirmusrecht zurückzubekommen, ich erwarte eigentlich vom Jugendamt, was ich ganz klar gesagt habe, dass Sie tätig werden. Dass Sie einen Antrag stellen nach 1666, ja, oder dass Sie einen Antrag stellen und sagen, wir haben hier Feierler gemacht. Ja, es zeigt sich jetzt schon bereits, es ist keine Kommunikation mehr da. Über das Kind, Kindeswohl wird nichts mehr ausgetauscht, ja, aber Sie werden nicht tätig. Deshalb, wie gesagt, werde ich jetzt relativ aggressiv. Der Anhänger wird neu beschriftet. Das Jugendamt Reutlingen hat so geschickte Parkplätze vorm Haus, die sogar zur Monatsmiete zu erwerben sind. Das heißt, da kann man einen ganzen Monat lang einen Parkplatz für 60 Euro mieten und dann steht der Anhänger direkt vor dem Jugendamtleiter, direkt an einer Chöre, direkt an einer Schule, sage ich, das ist der Anfang, können wir gerne machen. Also bei mir ist der Spaß, wie gesagt, jetzt vorbei. Okay, nächste Woche geht es an den Landrat. Da habe ich wieder einen Pluspunkt, der Landrat, den habe ich vor Jahren schon mal bemüht. Da war auch das Jugendamt Reutlingen beschäftigt. Ich wollte Gespräch mit dem Sachbearbeiter, der wollte kein Gespräch. Er sagt, der macht nur gemeinsam mit Mutter und Vater. Ich sage, die Mutter möchte nicht, aber ich möchte eins. Er hat gesagt, macht doch nicht. Dann sei gut, ich bin zum Landrat, sage ich, Herr Landrat, ich suche hier ein Gespräch. Ich suche Hilfe im Jugendamt und werde abgelehnt. Ist das bei Ihnen normal? Dann wurde dem Sachbearbeiter der Fall entzogen, hat eine Beschwerde vom Landrat bekommen. Amtsleiter musste sich rechtfertigen und auf einmal lief es. Jetzt ist es so, dass der Landrat demnächst in Rente geht, in den Ruhestand geht und ich nicht glaube, dass er vor seinem Ruhestand nochmal so einen Aufruhr eigentlich haben möchte. Ich denke, dass ich da relativ gut auch wieder beraten bin und sage hier, ich habe eine Kindeswohlgefährdung angezeigt, im Jugendamt, Sie nicken ab und sagen, ja, es ist eine, aber wir tun nichts dagegen. Das müssen Sie beheben. Ich habe keine Möglichkeit momentan, ich habe keinen Kontakt, dank dem Jugendamt, unter anderem, nicht nur, aber auch dank dem Jugendamt. Das Jugendamt selber hat sogar im Gespräch, das habe ich sehr gut, ich mache im Gespräch Zusammenfassung und schicke sie und es kommt nie ein Widerruf. Und sie haben im Erstgespräch festgestellt, dass der abrupte Kontaktabbruch zum Sohn bereits eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Das hat dieser Herr Fix, dieser Gruppenleiter, direkt im Erstgespräch gesagt. Ich habe das alles niedergeschrieben, im Geschick sage ich eine Gesprächszusammenfassung, weil sie machen es ja nicht und es kam keine Widerrede, aber natürlich schön formuliert und habe gesagt, ich finde es erstaunlich, dass Sie das, dass Sie es anerkennen als Kindeswohlgefährdung, dass der Kontakt von heute auf morgen abgebrochen ist. Hast du da schon versucht, was über das Verwaltungsgericht zu machen? Weil wenn der feststellt, das sei eine Kindeswohlgefährdung, dann muss er ja nach 8a tätig werden und das Familie nicht anrufen. Ich habe ihm auch eine Bestätigung gleich gemacht, sag bitte, unterschreiben Sie mir diese Bestätigung, dass Sie keine Kindeswohlgefährdung sehen, dass Sie nicht nach 8a reagieren werden und dass ich es zu akzeptieren habe. Das hat er nicht unterschrieben natürlich. Ja, weil die Sache ist ja die, im 8a steht ja, wenn, wie heißt es, nicht tatsächliche Anhaltspunkte, sondern wenn, ich schaue mal gerade kurz, diese Formulierung ist wichtig. Ich habe gerade das Schreiben gerade mal Kopf, weil das habe ich zu verliegen. Das ist ja ein Stahlling vom Jugendamt. Okay, also im Paragraf 8a Sozialgesetzbuch Nummer 8 steht ja drin, werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, sei das das Gefährdungsrisiko einzuschätzen. Und diese gewichtigen Anhaltspunkte, das ist sozusagen mal die erste Hürde, das Jugendamt, wenn du denen irgendwas erzählst, müssen die dem Grunde gar nichts sagen. Die können dann nachher sagen, naja, es waren keine gewichtigen Anhaltspunkte. Das heißt, dann hat das, was du erzählst, schon mal nicht die Hürde genommen, dass die eine Gefährdungseinschätzung machen. Wenn aber jemand wie der Herr Fix, wenn das so ist, wie du sagst, wenn ich das auch richtig verstehe, wenn du sagst, das war ja dann schon eine Kindeswohlgefährdung, dass da durch den Beschluss der Kontakt zum Sohn abgebrochen ist, dann stellt er eine Kindesgefährdung fest und damit hat er ja diese Gefährdungseinschätzung quasi schon gemacht. Aber alles nur im Gespräch. Das ist egal. Ja, natürlich. Das ist egal, weil der 8a, der ist ja dann etwas, was ein Verwaltungsakt ist. Sie nehmen hier ja Bezug auf 8a in dem Schreiben. Kannst du kurz mal Anteile vorlesen hier? Also zu Ihrer Einschätzung, dass wir unseren Schutzauftrag gemäß 8a nicht fachgerecht ausüben, möchten wir im Wunsch entsprechend schriftlich Stellung nehmen. Die von Ihnen ausgeführten Aspekte, aus denen Sie eine Kindeswohlgefährdung schließen, aus fachlicher Sicht keine gewichtigen Anhaltspunkte in Bezug auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Dazu ist wichtig zu wissen, wie sich die Rechtsprechung um den unbestimmten Rechtsbegriff der Kindeswohlgefährdung annähert. Über Gerichtsurteile wird deutlich, ab welcher Schwelle das Familiengericht von einer Gefährdung eines Kindes und somit von einem Inventions- und einem Eingriffsrecht in älterliche Sorge ausgeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und Bundesgerichtshof ist das Kindeswohlgefährdet, wenn eine gegenwärtige in solche maßvorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei weiteren Entwicklungen der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen, seelischen und körperlichen Wohls Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Die Anhaltspunkte müssen auf eine Sorgegefährdung hinweisen, sonst sind es keine gewichtigen Anhaltspunkte. Die von Ihnen angeführten Anhaltspunkte lassen auf keine erhebliche Schädigung schließen. Ich würde sagen, das ist falsch, weil in dem Gespräch hat der Herr Fix gesagt, dann ist das ja eine Gefährdungseinschätzung. Jetzt ist die Frage, ist das ja eine Kindeswohlgefährdung, hat er gesagt. Jetzt ist die Frage, sagt er das, weil er die Gefährdungseinschätzung schon gemacht hat oder weil er die gewichtigen Anhaltspunkte sieht und man eine Gefährdungseinschätzung machen müsste. Auf jeden Fall, wenn das die Schwelle genommen hat, der gewichtigen Anhaltspunkte, dann muss das Jugendamt die Gefährdungseinschätzung machen, dann greift es als Verwaltungsakt und dann kannst du das nämlich vor dem Verwaltungsgericht einklagen. Ich habe es noch nicht selber probiert und auch keine Beschlüsse dazu gefunden, aber vielleicht kann man auch das Jugendamt dazu bringen, gewichtige Anhaltspunkte anzuerkennen, indem man vor das Verwaltungsgericht geht und eine Leistungsklage macht, weil diese Einschätzung der gewichtigen Anhaltspunkte, das ist ein Realakt, kein Verwaltungsakt. Und einen Realakt kannst du über eine Leistungsklage und nicht über eine Verpflichtungsklage einklagen. Die Frage ist halt, wie gewichtige Gespräche zusammenfassen, die ich immer schicke und es kein Widerruf kommt und sagt, das haben wir so nicht beschrieben. Also in dem Moment ist eigentlich anerkannt eigentlich. Das ist ja so, wenn du vor das Verwaltungsgericht gehst. Erstens kannst du ja sagen, hier meine Begründung, die ich erweitern will, sobald ich Akten einzig genommen habe. Damit kriegst du schon mal automatisch Akten einzig. Das war das eine. Weil dann musst du dich nicht mal rumschlagen. Das andere ist, das Jugendamt muss ja dann, wird vom Gericht aufgefordert, Stellung zu nehmen. Und dann ist ja das, was du selber aufgeschrieben hast und sie nicht widersprochen haben, da schreibst du in einer Klage einfach, habe ich hingeschrieben, wurde nicht widersprochen. Damit gehe ich von einem Konkludenten Einverständnis aus mit dem, was ich geschrieben habe. Und dann wird das Jugendamt halt Stellung nehmen müssen. Und damit hast du den Ball ins Rollen gebracht. Wie gesagt, schriftlich bekomme ich halt nichts. In jedem Gespräch haben sie es immer wieder gesagt, ja, allein dieser Alkohol, dass es hirnschädigend ist. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir haben ja auch diverse Doktoren in unserer Gruppe drin. Dann macht damit eine Verwaltungsklage. Und das Interessante ist ja, der Herr Landrat Walter heißt er doch. Ja, Walter Stübingen. Tübingen, ja. Genau, also der hat ja da in diesem Interview mit dem SWR so fast schon nach meinem Eindruck ignorant gesagt. Naja, wenn die Väter da behaupten, das Jugendamt würde eine Kindeswohlgefährdung machen, dann sollen sie doch mal deshalb vor Gericht gehen. Genau, richtig. Genau, jetzt kannst du das halt mit Reutlingen mal durchexerzieren vor dem Verwaltungsgericht. Und indem du da halt eine Leistungsklage oder Verpflichtungsklage machst und denen sagst, hey, ihr müsst jetzt die Gefährdungseinschätzung machen, weil einer von euch hat ja gesagt, das ist eine Kindeswohlgefährdung. Wenn du die dazu verpflichten kannst, dann heißt es ja im Umkehrschluss, weil sie es nicht gemacht haben, war es ja bis dahin eine staatliche Kindeswohlgefährdung, weil sie es unterlassen haben. Richtig. Gut, was man auch dazu sagen muss im Gespräch beim Landrat Walter, habe ich dem Walter ja quasi ein Schreiben übergeben, wo ich die Kindeswohlgefährdung angezeigt habe. Ich habe dann von Walter persönlich ein Schreiben bekommen, wo er quasi die mehr oder weniger anerkennt, die Zuständigkeit jedoch nach Reutlingen weitergibt. Sag, er ist leider nicht zuständig. Also es ist quasi schon anerkannt worden, dass es eine ist, aber halt Zuständigkeit nicht bei uns, sondern in Reutlingen. Eigentlich hätte er von Amts wegen aus direkt Reutlingen anrufen müssen, sagen pass auf, hier ist Kindeswohlgefährdung, also jeder, der von Kindeswohlgefährdung Kenntnis hat, muss eigentlich reagieren, was er nicht getan hat, außer halt die Verwaltung weitergeschoben hat. Also Schreiben gibt es ja auch und so. Ja, das kannst du auch dann in die Verwaltungsklage mit reinpacken. Und da habe ich jetzt halt noch so gar keine Erfahrung mit Verwaltungsklagen. Die sind gar nicht so schwer, also läuft eigentlich wie vor dem Familiensgericht, du musst halt wissen, welche Klagearten es gibt und halt, wenn du sagst, es wurde eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, ja, und das heißt, die gewichtigen Anhaltspunkte sind ja da und du willst jetzt das Jugendamt dazu verpflichten, dass die eine Gefährdungseinschätzung machen. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatz. Das ist eine Verpflichtungseinschätzung. machen, die können ja nicht komplett jetzt wieder von diesem Schreiben abspringen und sagen, ja, es ist eine, das werden sie ja nicht tun. Was sie ja bei mir gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, das war keine Gefährdungssache, sondern das haben wir einfach als Meinung im Rahmen der Beratung gesagt. Gut, aber ich habe es ja hier als Einschätzung, als Stellungnahme zu 8a, steht da ganz Sättel drin. Genau. Ja, dann mach eine Verpflichtungsklage, dass du sagst, das Jugendamt hat selbst festgestellt, dass gewichtige Anhaltspunkte da sind, siehe mein Schreiben an das Jugendamt, ja, das Gespräch und du willst sie verpflichten, eine Gefährdungseinschätzung zu machen. Und dann halt, wenn die zutrifft, dass sie dann entsprechend handeln und das Familiengericht anrufen. Bis in dem, ich glaube, ich schaue mal gerade, genau, das ist der Absatz 2, hält das Jugendamt, das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen. Tja, aber wie gesagt, die hängen unter einer Decke halt runter alle, das ist halt, ich versuche jetzt mal über die Öffentlichkeit erst mal das zu machen, Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, jetzt halt andere Leute, mein Verteiler wird jetzt immer länger, wenn ich eine E-Mail schreibe, ja, dann tut es mir nicht weh, wenn ich nochmal zwei Leute mit reinsetze, weil dann kann sich auf den Tisch gekehrt werden, ganz einfach, ja, wenn der Landrat, der Chef unter Väteraufbruch für Kinder und Bürgerbeauftragte die gleiche E-Mail bekommen, dann muss er reagieren. Dann kann er nicht irgendwas schreiben, dann muss er reagieren und diese Antwort, weil es auch wird weitergehen an alle, die in dem Verteiler drin waren. Da muss ich dreimal überlegen, was er schreibt. Also ich habe jetzt hier ganz klar, dass diese Videos, die vorliegen, ja, und dann die Stellungnahme zu den Videos. Und da muss man einfach gucken, passt das zusammen oder nicht. Das sind Videos, wie gesagt, mit dem Alkohol oder er war zum Beispiel, es gibt ganz klare Sachen nach Seugenschutzgesetz, er war unter Quarantäne gestellt. Die Mutter hat ihn Fußball spielen lassen im Fußballverein, während der Quarantäne. Das hat niemanden interessiert. Er war nachts um vier auf dem Flughafen Stuttgart, während der Quarantäne. Ja, es interessiert gar niemand, das ist Kindeswohlgefährdung und sowas, ganz einfach. Das ist ja auch Gefährdung anderer. Vor allem könnte das ja auch eine Ordnungsstrafe nach Corona-Verordnung halt nach sich ziehen. Das ist Aufsichtsblick Verletzung der Mutter, ganz einfach. Das ist schon mal das Erste. Aber das interessiert gar niemanden. Und da gibt es aber ganz klar die Nachweise und dann reden sie sich wieder raus, sagen, ja, man sieht ja gar nicht, wann das war. Ich sage, wollen Sie sehen, ich kann Sie nachweisen, wann dieses Live-Video, ja, bei Instagram kann man einfach nur live machen, ja, wann das aufgenommen wurde. Wollen Sie sehen, wann er aufgestellt war beim TSV, ja, wann er Fußball gespielt hat in seinem Verein, dass er da unter Quarantäne gestanden ist. Wollen Sie sehen? Ja, nee. Die wollen es gar nicht sehen, sage ich, ja, es gibt, ja, wir sehen nur Alkohol. Die Fakten interessieren nicht. Die Fakten haben keinen interessiert, als man dir das auch mal als Bestimmungsrecht genommen hat. Und die Fakten interessieren jetzt nicht, weil das Ziel ist einfach, dass das Kind jetzt bei der Mutter ist, Punkt. und du hast recht, also ich empfehle immer ein zweigleisiges Vorgehen. Das eine ist Gericht, ja, und Verwaltungsgericht ist immer interessant, weil das Jugendamt dann Stellung beziehen muss und du Akteneinsicht kriegst und die Verwaltungsgerichte auch durchaus gegen Jugendämter entscheiden. Und das andere ist Öffentlichkeit und das ist einfach das Wichtigste, weil Politiker wie Landräte zum Beispiel, die wollen eine weiße Weste haben. Und wenn an der Öffentlichkeit was kommt, was schlecht ist für die, ja, wenn die als Kinderrechte-Gender entlarvt werden, dann kommt es gar nicht gut. Und je mehr Väter oder auch Mütter, die benachteiligt werden, das dann, ich sag's mal nochmal ganz klar, die dann diskriminiert werden vom Jugendamt Reutlingen und Jugendamt Tübingen, ja, sie werden diskriminiert, Punkt. Wenn die das öffentlich machen, dann steht der Landrat natürlich schlecht da, wenn man den direkt angreift, öffentlich. Ja klar, also wie gesagt, Tübingen läuft richtig was an, also das ist mit dem Anhänger, er wurde sogar von Richtern mittlerweile auch gesehen, das Anhänger, weil der Gregor hatte ja Verhandlungen vor kurzem, dem wollte man die Gesundheitsfürsorge entziehen, quasi einem Arzt entzieht man die Gesundheitsfürsorge, ja, hat auch den Anhänger natürlich direkt vor dem Gericht geparkt. Was man zu wissen muss, Boris Palmer wohnt direkt gegenüber, ja, aber mit dem hatte ich schon Kontakt, der ist ja selber betroffener Vater, ja, aber er hat mir auch ganz persönlich geschrieben, sagt, er kennt das, möchte sich da aber nicht mit einbringen. Also quasi... Das schneide ich raus, weil das hat er ja persönlich geschrieben. Ja, okay, naja, klar. Ja, ich schlage einen Oberbürgermeister oder wie auch immer. Aber wie gesagt, er kennt die Situation, er ist ja selber auch von seiner ersten Frau relativ auf den Tisch gezogen worden. Ja, ich weiß. Lass uns zurück zu dem, was man offiziell sagen kann. Ja, dann, wenn ihr da eine neue Version von dem Anhänger macht, dann lasst doch das Fragezeichen weg oder kommt was ganz anderes drauf? Ja, also ich würde jetzt, wie gesagt, diese Plane gibt es relativ günstig zu kaufen, die kostet 20 Euro und der Druck kostet glaube ich 80 Euro. Da kann man auch jeder... Okay. Ich würde den Anhänger eigentlich so machen, dass man relativ schnell und flexibel die Plane umhängen kann, ja, einfach bloß mit Karabiner und ein paar Ösen, dass man vor den Ort des Geschehens fahren kann. Dann nimmt jeder für seinen Zweck seine Plane. Bei mir geht es jetzt quasi um die Verfahrensbeiständin. Die wird persönlich eine Plane bekommen von mir und Anhänger bei ihr geparkt. Dann geht es um Jugendamt Deutlingen. Der wird die andere Plane brauchen wie für Tübingen, ganz klar. Okay. Also ihr könnt auch gern, wir haben ja für Freifahren, haben jetzt so, zur Christine Lambrecht haben wir ja so eine Grafik entwickelt, Kinderrechte-Genderin, so in diesem, der Pate-Stil, ja, mit der Hand, die da wie die Marionetten, ja, die Leute zappeln lässt. Das könnt ihr ruhig auch verwenden, ja, und draufdrucken und das verwenden. Es geht halt, wirklich wirken tut halt, wenn man sie persönlich trifft und das in dem Ort, wo sie wohnen. Das heißt, ich weiß, wo die Verfahrensbeiständin wohnt. Wenn ich draufschreibe, Verfahrensbeistände aus Eningen, also Beiständinnen aus Eningen fördert Kindeswohlgefährdung, ja, und stellt den Hänger 50 Meter von ihrem Haus entfernt oder 100, dann weiß jeder, wer gemeint ist. Genau. Und das will ich sehen. Ja, das machen wir auch auf Freifahren. Wir nehmen ja dann Bilder von den Leuten, ja, wie von der Frau Lambrecht, der Ministerin, und zeigen die dann daneben Kinderrechte-Genderin, die Marionettenhand, ja, und darunter der Name. Und sowas könnte man ja auch bei der Frau machen, bei der Verfahrensbeiständin. Wenn es da ein Foto gibt, kann man ja auch das da drauf machen, ihr Name drunter. Also mit Namen, also bin ich schon ein bisschen vorsichtig mit Namen, das ist schon wahrscheinlich ganz stalking oder was weiß ich, kann man dann hier, wenn es zu nah dran steht oder, da bin ich schon vor, ich will schon ein bisschen, bisher haben wir keine Probleme gekriegt, da stand schon überall, der Anhänger, vor dem Amtsgericht, vor dem Jugendamt, vor dem Landratsamt, der stand überall und keiner hat wahrgenommen, haben es jetzt alle, aber keiner konnte ihn wirklich angreifen, weil halt diese Fragezeichen dahinter steht. Als Aussage bist du quasi, musst dich rechtfertigen. Also so viel Angst braucht man gar nicht zu haben, was Namenssendung angeht, weil in unserer Demokratie hat keiner das Recht auf Anonymität. Das ist richtig, ja. Und die Wahrheit zu sagen oder die Meinung kann keiner verbieten. Aber ich denke, dass es kein großer Unterschied ist, ob ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen da hinten steht, Nachricht kommt rüber. Ja, das stimmt auch, man kann das Fragezeichen weglassen. Weglassen kann man beim Ausrufezeichen. Ja, das ist eine Aussage halt. Eine Aussage ist das eine für eine Frage. Ja, aber es ist wirklich so, die werden dann keinen, die werden den Rechtsweg nicht bestreiten, weil dann wäre ja Mittelpunkt der Frage, ob denn das jetzt stimmt, was da gesagt wird oder nicht. Das ist richtig. Sie können auch vielleicht dagegen vorgehen, dass er dort nicht mehr gepaukt wird oder so. Was sagen wir? Ich weiß, keine Ahnung, was uns dagegen vorgehen. Ich habe ja den Landrat im Alp-Donau-Kreis, den Heiner Schäffelt, habe ich als Kinderrätisch hinterbett sein und auf Freifahrt mehrmals. Und dann wurde ich ja angezeigt von dem Landrat wegen Beleidigung und auch noch von dem Herrn, dem Regierungspräsidenten, wie heißt der, Tappert oder so. Regierungspräsidium Tübingen. Der hat mich auch noch angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft hat es dann alles fallen lassen. Das heißt, es ist keine Beleidigung, wenn man den Landrat als Kinderrechteschänder bezeichnet und auch dann zeigen kann, warum er denn ein Kinderrechteschänder ist. Und wenn eine Verfahrensbeistin, die Frau, wie heißt ihr Doppelname? Blumkiefer. Blumkiefer. Die Frau Blumkiefer. Wenn die hier als Pädagogin psychologische Aussagen macht, die dann nachher dazu führen, dass der Vater das auch mal als Bestimmungsrecht verliert, das ist eine Kinderrechteschänderin. Punkt. Ist ganz einfach. Sie hat dafür gesprochen, weil der Richter wollte es nicht, aber sie hat dann nochmal ausgeholt und musste und das müssen wir auf jeden Fall. Und Jugendamt hat dann sich einfach einklinkt, ja, bin ich auch dafür. Mehr hatte gar nicht. Die absolut neutrale Frau Blumkiefer, die jahrelang beim Jugendamt Reutlingen gearbeitet hat und sich jetzt als Verfahrensbeiständin ganz unabhängig nur für das Recht des Kindes einsetzt. Ja. Und zufällig genau das empfiehlt, völlig inkompetent. Das war ihr erster Fall, muss man auch sagen. Ihr erster Fall in Reutlingen. Sie waren normalerweise immer in Esslingen zuständig. Ich habe die Gleckeskrieg natürlich, wo wir gesehen haben, wer das ist, was sie gemacht hat, wo sie herkommt, wo sie beruflich gemacht hat. Und das war ihr erster Fall in Reutlingen quasi. Dann hat sie souverän abgeschossen. Und ich finde, das sollte auch ihr letzter gewesen sein. Ja, sollte es sein. Also das muss man öffentlich machen. Jetzt hier mit dem Video. Du kannst auch gerne was auf Freifahrt veröffentlichen als Artikel oder ich schreibe da auch was darüber, weil dieses Verhalten von der Verfahrensbeiständin, das ist inakzeptabel. Und dass der Herr Philipp Ries dann auch noch so eine Entscheidung trifft, die nicht auf Tatsachen beruht und auch noch eine Hauptsache Entscheidung ist, das geht nicht. Man kann nicht auf Basis von inkompetenten Meinungen einem Vater einen Teil des Sorgerechts wegnehmen. Ja gut, das Thema ist ja so. Also der Herr Ries hat ja schon mal im Vorfeld Verfahrenskostenhilfe für die Mutter quasi genehmigt. Das heißt, da war er schon mal auf dem richtigen Weg. Das heißt, er hat gesagt, genügend Voraussetzungen, Erfolgsaussichten sind vorhanden. Das ist schon mal das Erste. Das Nächste ist, wenn dann Jugendamt und Verfahrensbeiständin dafür sind, dem Vater zu entziehen und er sagte, nein, ich tue es nicht, dann muss er sich rechtfertigen, warum er sich gegen Jugendamt und Verfahrensbeiständin und Kindeswille quasi gesträubt hat. Ja, aber ein Richter kann nach Paragraph 37 vom FG kann Richter nur auf Basis von Tatsachen und Beweisen entscheiden. Die wollte er nicht sehen. Ich habe es ihm dreimal gesagt, er wollte es nicht sehen. Ja, und alles, was ihm von Verfahrensbeist oder von Jugendamt geliefert wurde, waren Meinungen. Noch dazu inkompetente Meinungen. Es waren keine Tatsachen, keine Beweise. Deshalb habe ich nach dem psychologischen Gutachter gefragt. In der Hauptsache nimmt man ja immer so jemanden, um dann den Beweis zu bekommen für die Entscheidung. Ich sage jetzt nicht, dass es gut ist. Ich würde jedem sagen, nie ein psychologisches Gutachten zu machen. Aber rein formal gilt das halt als Beweis. Aber eine Empfehlung von einem Verfahrensbeistift, vom Jugendamt ist kein Beweis und es sind auch keine Tatsachen, die da geliefert wurden. Was mich halt auch tierisch gestört war, ist der Antrag von der Gegenseite kam auf Offenlandbeistungsrecht und der Richter hat sofort, ohne erst mal unsere Gegenargumentation zu hören, VKH-Beantrag mit Erfolgsaussichten. Als ich dann mal eine Gegendarstellung gemacht habe, sage ich, hier sprechen wir vom Prozessbetrug. Anwältin macht hier Falschangaben, um mich im falschen Licht darstellen zu lassen. Das ist Prozessbetrug. Ist nicht einfach nur falsch interpretiert. Es ist kein Prozessbetrug. Das verstehen viele falsch. Prozessbetrug ist nur, wenn ein finanzieller Nachteil zu einem Beteiligten entsteht. Was hier gemacht wurde, war, dass der Staat dem Elternteil den Rechtsstreit finanziell ermöglicht, den der Staat benutzen will, um seine Politik durchzusetzen. Ja, aber wie kann im Richter ein Vorfeld schon die Erfolgsaussichten darstellen, ohne überhaupt die andere Seite zu hören? Die erzählt irgendeine Grimms-Märchen-Geschichte und der sagt, es sind Erfolgsaussichten. Ich muss doch erst mal abwägen, weil ich habe alles widerlegt mit Schrei, mit hier, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ja, und er hat im Vorfeld schon genehmigt das. Ich sage, er weiß jetzt schon, wo es hinläuft. Genau, richtig. Die Erfolgsaussichten bestanden darin, dass er diese Entscheidung wollte, die auch die Mutter wollte. Ja, das sehe ich auch so im Nachhinein, klar. Aber du kannst halt nichts dagegen machen. Ich sage mal, alles als Lüge dargestellt. Eigentlich hätte der Antrag so nie dargestellt werden durften, ja. Erfolgsaussichten sowieso nicht, weil alles gelogen war und nachweislich gelogen und trotzdem wird der Antrag zugelassen und VKH gewährt. Während ich natürlich wieder, gut, ich habe keinen gestellt, ich habe eine Versicherung dafür, aber das kann nicht sein, sowas, ja. Hätte keine Versicherung, hätte sogar noch jetzt 15 Euro bezahlt für den Entzug vom Aufmerksamkeit und das ist nicht okay, sowas. Ja, also übertragen wir es mal auf einen anderen Bereich. Nehmen wir an, du und deine Ex-Partner hätten zusammen 50-50 ein Auto gekauft und dann sagt deine Ex-Partnerin, ich gehe jetzt vor Gericht, weil das Auto gehört mir. Dann sagst du, halt, die Hälfte gehört mir. Dann gehe die vor Gericht und dann sagt der Richter, ja, ich genehmige Ihnen Prozesskostenhilfe, weil Sie Aussicht auf Erfolg haben. Dann schlackerst du mit dem Ohr, legst dem vor, Moment, hier, Kaufvertrag 50-50, ich habe 10.000 reingesteckt, sie hat 10.000 reingesteckt und am Schluss verlierst du das Auto und musst noch Benzin und Versicherung für das Auto zahlen. Genau den Fall hören wir jetzt ja auch. Es war ja so, ab März ist quasi das Kind ja zur Mutter entgegen der gerichtlichen Vereinbarung. Ich habe es dann irgendwann gebilligt, gesagt, okay, bis Ruhe drin ist in der Situation, akzeptiere ich es. Dann sind wir zum Jugendamt, haben dort noch eine, sag mal, finanzielle Vereinbarung getroffen. Sie bekommen das und das und das und das. So, jetzt, nachdem das Urteil durch war, möchte sie rückwirkend von März 4.000 Euro, quasi, sie nimmt mir etwas weg, gegen eine Vereinbarung gerichtlich, auf die eigentlich Strafe steht und möchte daraus noch, quasi, wie du sagst, das Auto noch vollgetankt haben, monatlich, ja. Also das, mit dem, gegen das kämpfe ich jetzt im Moment gerade wieder mal, weil sie sagt, sie hat ja nichts zu verlieren. Entweder sie kriegt es, oder sie kriegt es nicht. Genau. Wie geht es dir denn jetzt damit, dass du sieben Jahre gekämpft hast um das Recht deines Sohnes auf beide Eltern? Und dann habt ihr das zwei Jahre lang gelebt, weil ihr eine gerichtliche Vereinbarung gemacht habt. Und dann nimmt man es dir, weil es irgendeinen Streit gibt, ja, nutzt die Mutter die Situation, der Staat sagt, danke schön, super, jetzt können wir unsere Politik durchsetzen und macht es dann so. Wie geht es dir damit? Das ist doch eine totale Willkür, wo du jetzt, sollst du jetzt wieder sieben Jahre kämpfen, aber dann ist dein Sohn schon 21. Das heißt, in vier Jahren ist die Sache ja sowieso gelaufen. Das ist ja der Vorschlag vom Jugendamt gewesen, dass wir wieder in die Berater gehen, dass ich sage, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Ich fange doch jetzt nicht bei null und noch weiter bei Minus an, weil momentan habe ich gar keinen Kontakt. Früher hatte ich 14-tägig. Ja, das Jugendamt lässt dich in Stich und auch deinen Sohn. Der Richter lässt dich und deinen Sohn völlig im Stich. Was jetzt? Jetzt kommt die Öffentlichkeit ins Spiel. Das ist das Thema jetzt einfach. Ja, ich kenne auch mehrere Leute von Reutlingen, die auch betroffen sind. Ja, ich gehe da nicht alleine dann quasi, ich kann Namen nennen dann und sage hier der, 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 der. Hat ebenfalls Erfahrungen gemacht mit euch, aber ich werde das erstmal nur für meinen Sohn und um dich eigentlich nur den Fehler wieder gerade zu bügeln, wieder um auf Normalzustand von vorher zu kommen. Ja, und aus Jugendamt, also dieser Berater sagt, mir ging es nie darum, irgendwas für mich alleine zu haben. Hat er immer, ich war immer derjenige, der beide Eltern haben wollte, immer fürs Kind, das ist die einzige Person, der die Frau mittlerweile durchschaut hat und das auch wirklich scheiße findet, was sie macht und das auch nicht öffentlich, aber im Gespräch mit seinem Gruppenleiter quasi auch sagt, aber sagen ist halt sagen und schreiben ist was anderes. Ja, und die Ziele der Politik sind ja auch wieder was anderes. Ja, aber da muss man halt in meinem Fall jetzt einfach mal abrücken und sagen, gut, dann kriegt man halt diese paar hundert Euro nicht oder die Mutter kriegt sie nicht, aber den Stress, den wir jetzt hier haben wegen diesem einen Fall, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Genau, also ich glaube, das ist was, die Öffentlichkeit, das aber auch vor Gericht, dass man denen so einen Stress macht, dass die sich irgendwann sagen, okay, das muss geändert werden, weil den Stress tun wir uns nicht mehr an. Der, der, Herr Bianco, der bindet so viele Ressourcen bei uns, dass wir die anderen nicht diskriminieren können, wie wir wollen. Jetzt diskriminieren wir den nicht, weil wir da die Ressourcen haben. Aber das bringt dann wieder diesen Crack, diesen Riss in die Mauer rein, wo dann auch die anderen davon profitieren und ich finde es cool, dass ihr da in Tübingen euch zu einer Gruppe zusammengeschlossen habt. Merkst du, dass es was bringt, wenn man da als Gruppe auftritt? Also der Erfahrungsaustausch, der Informationsaustausch ist sehr wichtig. Also, wie gesagt, auch allein dieses, dass ich jemanden mitnehmen kann als Beistand zum Jugendamt, das hätte ich vorher nie gehabt. Die erzählen mir immer das Grüne und das Blaue vom Himmel runter und danach kommt dann so ein Schreiben wieder, nein. Jetzt war jemand dabei, der teilweise auch ein bisschen deeskalierend gewirkt hat, ja, aber auch sehr bestimmt. So, wir haben zum Beispiel, wir haben, oder Sie haben ein Protokoll geschrieben, wir haben es diktiert teilweise, ja, was mit reingenommen werden soll, ich bekomme aber keine Akteneinsicht. Ist das wirklich da rein oder ist das nach einem Papierbau gewandert? Ja, wo ist das Protokoll? Was steht da drin? Also, wie gesagt, immer um auf eure Gruppe zurückzukommen, ich werde ja immer wieder kritisiert, ja, dass ich so massiv in die Öffentlichkeit gehe mit unserem Fall und ich schreibe ja aber auch über andere Fälle auf Freifarm und betroffene Eltern schreiben selber auf Freifarm über diese Fälle und dann gibt es jetzt so die Lobbygruppen wie Federaufbruch für Kinder, Papa, Mama auch, ISUF, die sich ja so von den Einzelfällen fernhalten. Das Höchste, was die da machen, ist, dass sie irgendwelche Gerichtsentscheidungen kommentieren, ja, aber ihr macht es ja als Gruppe von Vätern, dass ihr in die Öffentlichkeit geht und dann ist es ja so eine Mischung aus die Einzelfälle, ja, dass ihr da jeder betroffen seid plus Öffentlichkeitsarbeit plus eine politische Veränderung vor Ort und das finde ich das super Interessante daran, weil ich habe so im Januar letzten Jahres gemerkt, okay, vergiss die Vereinten Nationen, vergiss den Europäischen Gericht für Menschenrechte, du musst hier vor Ort gegen die Leute vorgehen, die das hier vor Ort alles machen gegen deine Kinder, du musst quasi face to face die öffentlich kritisieren und darfst keine Angst darüber haben, denen Kinderrechte gender zu nennen und dann macht er eine Anzeige gegen dich und dann lustert er ab, ja, und es ist voll peinlich für den Landrat und sowas kriegst du nur hin, ich denke, die Veränderung, wenn du wirklich vor Ort von Angesicht zu Angesicht gegen diese Kinderrechte gender kämpfst. Also was bei uns halt auch wichtig ist in der Gruppe ist, wir gehen nicht hin und kritisieren, wir gehen her, wir haben auch ein Programm, wir haben Veränderungsvorschläge, ja, einer zum Beispiel ist Freitagmittag, alle Kinderübergaben finden Freitagmittag statt, was passiert, wenn es nicht stattfindet, Jugendamt anrufen, Freitagmittag, erreicht niemand, kannst du am Montag hin und sagen, übrigens letzte Woche hat es nicht geklappt, oh schade, du willst nächste Woche nochmal und da sind wir eigentlich, das ist ein Punkt, wo wir sagen, wir möchten eine Nummer, wo man einfach anrufen kann, sagen, hey, pass auf, es funktioniert nicht, komm her oder das bei dreimal nicht geklappter Übergabe, das Jugendamt sagt, gut, dann schicken wir jemanden dazu, dann sind wir dabei bei der Übergabe, dass man mal sieht, warum, weshalb, wieso, wir haben einen Vater, der fährt jedes Mal 200 Kilometer, also von hinter München fährt er hierher, holt sein Kind, fährt zurück, wieder, und wenn sie halt sagt, ich möchte nicht, dann hat er halt Pech, ganz einfach, mittlerweile funktioniert es recht gut, aber das sind einfach so Sachen, wo man sagen muss, was ist, wenn, wenn die Mutter einfach, oder auch der Vater, wir hacken auf der Mutter rum, es geht auch unter Strom, aber im Grunde ist die Mutter in den meisten Fällen, aber wenn sie sagt, ich gebe dir das Kind heute nicht raus, dass dann jemand da, ich will zur Polizei gehen, machst du Minuspunkte, der will das Kind mit Polizeigewalt rausholen, dann sagt mir doch, was soll ich machen, ich bin immer ein Freund von offenen Fragen, was soll ich machen, ja dann rufen das Gericht an, ja super, dann drehen wir uns wieder im Kreis, dann steht ein Jugendamt da, sagt, ja gut, das Kind war krank, oder keine Ahnung was, oder ja, die Mutter hat ihre Gründe, ist blöd. Ja, das ist so, ich verstehe es, klar, die Vorschläge, die sind pragmatisch, die Vorschläge selber sind ja nicht die große Veränderung, ja, weil die Sichtweise und Zielrichtung des Jugendamts heißt ja immer noch, Kinder nur zu einem Elternteil, wenn die Eltern sich uneinig sind, das Ziel ist ja nicht, Kind muss immer beide Eltern haben, ja, dass der Vater dem Kind Bombos reinlegt, in der Schule, ins Fach, darf kein Grund sein, den irgendwie zu benachteiligen, ja, diese Zielrichtung haben die ja gar nicht, die haben ja genau die gegenteilige Zielrichtung, deshalb sind die pragmatischen Vorschläge eher etwas, was dann innerhalb dieser Zielrichtung das Ganze erträglicher macht, aber die große Veränderung kann man ja damit nicht erreichen, das geht ja nur über die Öffentlichkeit. Ja, man kann ja auch positiv öffentlich machen, wenn die sagen zum Beispiel, euer Vorschlag ist ein Vorschlag, den nehmen wir nicht zu 100 Prozent, aber wir können daran arbeiten, die Idee generell finde ich gut, ja, wir können daran arbeiten, was können wir machen, im Rahmen unserer finanziellen, die kosten alle Sau Geld, natürlich, klar, unsere personellen Mittel, finanziellen Mittel, was können wir machen, und wenn dann was getan wird, kann man natürlich auch das an die Öffentlichkeit hängen und sagen, hey, es geht voran, ja, also ist nicht immer nur negativ, aber momentan ist es halt einfach negativ, und sie machen einfach brutal viele Fehler im Moment, als Beispiel, wir haben ihnen blaue Nikoläuse geschickt, oder ich habe es vorbeigebracht, vom Landratsamt, jeder einzelne Nikolaus war beschriftet, für wen und von wem er kommt, es waren drei aus unserer Gruppe, haben Nikoläuse geschickt, sie haben alle Nikoläuse zusammengepackt, und an den Gregor zurückgeschickt, das heißt Datenschutz, sie haben meinen Nikolaus, den ich geschenkt habe, einer dritten Person weitergeschickt, das geht so nicht, dazu waren sie kaputt noch, beschädigt, und der Herr Walter selber hat unterschrieben, sie dürfen keine Geschenke annehmen, das war der Grund quasi, und so machen sie gerade ständig Fehler, einmal gegen Datenschutzverordnung jetzt quasi, verstoßen, woher weiß der Gregor, dass ich, der Hannah, vier Nikoläuse an der Walter, und an seine Konsorten geschickt habe, dann werden sie gescreened, dass er gegen die Corona-Auflagen zum Beispiel verstößt, hast du vielleicht schon mitgekriegt, oder, also der Herr Walter hat eine Anzeige, auch von Gregor, weil er in einer Jugendausschusssitzung, ohne Maske, auf 18 Zentimeter neben anderen Kollegen gesessen hat. Ja, das sind ja so Nebenkriegsschauplätze. Nee, es geht ja nur darum, dass immer wieder, da kommt eine, da kommt eine, von rechts, von links kommt eine Ohrfeige, und wieder, die kommen nicht zur Ruhe, sie müssen sich damit mal beschäftigen. Und so machen sie halt gerade einen Fehler nach dem anderen, weil sie halt, wie am Anfang gesagt, sie rudern hin und her, von einem ins nächste rein, und da gibt es halt links und rechts jedes Mal wieder Schellen, und wenn es bloß kleine sind, aber irgendwann haben sie einfach keine Lust mehr drauf. Das ist einfach das Ziel, da sagen, gut, jetzt müssen wir mal hingucken. Ja, die haben verloren. Das ist so das Verhalten, ja, es ist halt diese Machtposition, die die haben, und versuchen da halt, alles nur zu vertuschen, loszuwerden, Fehler zu verhindern, indem sie halt Leuten verbieten, mit euch zu reden, weil sie Angst haben, dass die Leute Fehler machen, und das ist natürlich Hanebüchen, meine Behörde, gerade im Jugendamt, hat ja eine Beratungspflicht, wenn du hinkommst und sagst, ich will beraten werden, müssen die dich beraten, die können nicht sagen, ich will sie nicht beraten, klar, die können dir ein Hausverbot geben, haben sie aber auch schon gemacht, teilweise, dass nicht, sie werden hier nicht mehr beraten, diese Wörter sind gefallen. Das dürfen sie nicht, die haben eine Beratungspflicht beim Jugendamt, ja, also da wird es dann echt Hanebüchen. Dann hätte ich zum Abschluss noch die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, aber so als Ausblick, was willst du jetzt machen? Sieben Jahre kämpfen, ist das das, was vor dir steht? Dein Sohn ist 14, du hast noch vier Jahre, bis er 18 ist, siehst du überhaupt noch eine Chance? Also denkst du, ja, wenn ich mir das anschaue, er hat einen Streit mit dir gehabt, hat aus Trotz wahrscheinlich gesagt, ich bleibe jetzt erst mal bei der Mutter, nimmt jetzt Drogen, Alkohol, also irgendwie ballert er sich da gerade zu, um irgendwas zu verdrängen vielleicht, ja, um mit einer Situation klarzukommen. Was denkst du, was wird passieren in der nächsten Zeit? Also ich denke, je mehr ich kämpfe quasi gegen das Jugendamt und sie vielleicht auch Druck auf ihn und die Mutter ausüben, desto größer wird wahrscheinlich auch sein Hass, dass er eigentlich auch bloß in Ruhe gelassen werden will im Moment eigentlich. mir geht es einfach darum, damit muss ich leben, ich möchte in einer Situation rausholen, aus diesem Alkohol und komplette Situation eigentlich quasi, das Jugendamt soll hinschauen, das ist mein Ding, nicht einfach alles hier vom Tisch kehren, sondern einfach hinschauen, hinter die Fassade gucken, wie gesagt, das Finanzielle ist die eine Sache, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, sie kann gar nicht überleben ohne Unterhalt, dann ist doch eigentlich schon klar, warum das Ganze passiert und ich möchte das hier hinschauen, die Videos anschauen und nicht nur sie, wie gesagt, ich werde die weitergeben und andere Leute und dann parallel diese Schreibung dazu und sagen, das ist die Stellungnahme zu diesen Videos, sehen sie das genauso, ja oder nein und da kann keiner sagen, sehen wir genauso, das Jugendamt hat ja nichts zu tun, ich muss einfach gucken, dass ich jetzt weiter nach vorne komme, ich habe heute nochmal eine bitterböse E-Mail geschrieben mit der Androhung der Öffentlichkeit natürlich, dass der Anhänger demnächst dauerhaft dort parken wird, dass demnächst halt einfach E-Mails an verschiedene Institutionen rausgehen, ja, das sind einfach so Dinge, wo man sagen muss, das ist mein nächstes Ziel, Unterstützung in, ja, fachlicher Hinsicht habe ich doch unsere Gruppe, die Erfahrung hat zum einen und da muss man einfach gucken, wie geht es jetzt weiter, wo wollen wir hin, ich will eigentlich, dass mein Sohn und auch wir zur Ruhe kommen, ich habe ja auch eine Familie, die ist belastet natürlich, ganz klar, ich gehe jeden Tag auch arbeiten und das Ganze macht dich auch körperlich natürlich psychisch über Jahre hinweg, das wird alles ignoriert, dass eigentlich auch Körperverletzung ist, was das Jugendamt hier macht mit dir, ja, einfach das, hier geht es eigentlich nur um, ja gut, wie du sagst, den Standard irgendwo einzuhalten, dass wir nicht so viele Kinder beim Vater haben oder ein Doppelresidenzmodell, dass wir hier nicht bezahlen müssen, irgendwelche Kassen einspringen müssen, ob es jetzt die Unterhaltskasse, Vorschusskasse ist oder ob es jetzt Hartz IV ist, ja, die müssen gucken, dass der Haushalt irgendwo stimmt und der stimmt halt nur, wenn der, wie du sagst, Meistverdienende, der es sich leisten kann und ein bisschen was abdrücken kann und somit quasi den Unterhalt der Mutter sichert, ja, das ist einfach mein Ziel. Und es ist ja so, in dem das Jugendamt Reutlingen hier nicht Grundrechte und Kinderrechte konform agiert und vorgeht und auch das Amtsgericht Reutlingen nicht mit dem Herrn Philipp Ries, dadurch wird ja bei dir und einem so eine psychisch und auch psychosomatische Beeinträchtigung hervorgerufen und das ist ja dann das Wesen der Diskriminierung, ja, die spekulieren ja dann auch darauf, dass du zermürbt bist und irgendwann aufhörst, weil du es einfach nicht mehr aushältst. Das Erste ist finanziell ruinieren, ja, das ist das Erste, was sie immer vorhaben, klar, gehen sie halt wieder zu Gericht, naja, 1500 Euro, klar, logisch, das kann man zweimal im Jahr machen, oder wie, also, wie gesagt, ich habe eine Versicherung mittlerweile, die hat jetzt schon ein paar Mal bezahlt, aber irgendwann hören die auch auf, aber finanziell sage ich, für 1500 Euro Auflassbefügung zu verlieren, hätte ich hier was Besseres machen können. Ja, mit dem Geld meiner Familie was Gutes tun können damit. Ich habe hier Verpflichtungen, ja, ich kann nicht daran, dass irgendeine Frau, der es irgendwann wieder in den Kopf reinkommt, ihren Wohlstand bezahlen, das ist einfach, das weiß auch gar keiner. Also, selbst dieser Berater, der seit sieben Jahren uns beraten hat, wusste nicht, dass sie ein Haus hat, das hat aber der Richter Ries hat, so ein Haus. Es dürfte ja auch eigentlich gar keine Rolle spielen, ob sie ein Haus hat oder nicht. Nirgendwo im Grundrecht steht drin, dass ein Elternteil, der ein Haus angeschafft hat, das Kind haben sollte, steht auch nicht in den Kinderrechten drin. Ne, darum geht es ja nicht. Es geht aber darum, dass sie einfach sich falsch darstellt. Sie stellt sich immer da, wie ganz normal, die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und sie ist darauf dringend angewiesen. Ja, ja, Natürlich. Und das tut sie ja deshalb, weil das Kalkül ist, dass dann der Richter, das Jugendamt, die Verfahrensbeistände darauf anspringen. Und das tun sie ja auch, weil sie wollen ihre Politik durchsetzen. Und das ist das Hauptproblem. Und der Staat bezahlt ja die Leute, damit sie das machen. Du musst arbeiten gehen, wahrscheinlich Vollzeit, ja, und musst nebenher dich gegen mehrere Leute verteidigen, die Vollzeit daran arbeiten, dich zu diskriminieren und dein Sohn. Ja. Ja, sie hat mittlerweile dreieinhalbtausend Euro netto im Monat und bekommt Verfahrenskostenhilfe. Das ist eigentlich, muss man da auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier ist Verschwendung von Steuergeldern. Das kann nicht sein, mit dreieinhalbtausend Euro netto Verfahrenskostenhilfe zu bekommen. Das ist im Grunde so eine Art von staatlichem Belohnungsgeld dafür, dass sie geholfen hat, die Politik, die Familienpolitik umzusetzen nach Trennung. Ja, gut, klar, kann man so sehen, ja. Aber wie gesagt, das ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen, irgendwo, was da gerade abgeht. Okay, super, Giovanni. Vielen Dank, dass du hier uns Einblicke gegeben hast. ich finde es ganz toll, was ihr da in Tübingen auf die Beine gestellt habt, dass ihr da mehrere Radiobeiträge hinbekommen habt, die über euch berichtet haben und auch nachrichtlich, textlich, Presseberichte und so. Großes Lob und macht weiter so und ich schaue mir das natürlich weiter sehr gespannt an und berichte auch gern weiter drüber. Alles klar. Okay, dann dir einen schönen Tag auf jeden Fall mal noch. Danke dir. Warte mal gucken jetzt mal, ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Warte mal. Ich mach hier. Ich kann es verlassen. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen automatisch über alle neuen Videos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Und wenn ihr wissen wollt, was so auf der Website passiert oder welche neuen Videos es gibt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen oder auf Facebook. Wenn ihr einen Fall habt, über den wir berichten sollen auf Freifam, dann schreib uns an info at freifam.de Und last but not least, du kannst auch spenden für Freifam. Jeden Cent deiner Spende werden wir verwenden, um unsere neuesten Artikel auf Facebook oder Twitter zu bewerben. So ermöglichst du uns, die Reichweite von Freifam zu erhöhen.